Hallo Leute, wir machen heute ein Schminkvideo Mädchen vs. Jungs. Die Jungs werden vertreten von Nikita, der mit mich schminkt, und die Mädchen von Aileen und Aileen wird Paula schminken. Ja, viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Paula, schließ die Augen. Erstmal. Oh mein Gott, ich sehe aus, als ob eine Farbe in meinem Gesicht explodiert wäre. Was sagst du dazu? Bisschen figliert, Zauberton. Und die Lippen sind zu krass. Aber sonst, dass es nicht zu meinem Gesicht passt, würde ich sagen, mit den rosa Lippen. Weil ich dann aussehe wie so eine Albi-Witsch. Habe ich doch gesagt. So, jetzt kommt natürlich der Gewinner. Und eins, zwei, drei. Wie geht das aus, was du damit hier gemacht hast? Hey, das ist richtig gut. Was ist das? Okay, dein Lippenstift ist gut. Aber du hast es das hier vor allem alles. Ich sehe aus, als ob es so richtig unnatürlich ist. Aber richtig... Okay, tatsächlich. Dein Lippenstift geht eigentlich. Du hast den Eilander nur komplett verkackt, Nikita. Und das hier ist viel zu viel. Aber es geht. Es ist so okay. Bitte, also, sie findet es okay. Und die Augenbrauen sehen erstaunlich gut aus. Man sieht sie endlich mal. Okay, es geht. Es ist in Ordnung. Ich hätte irgendwie weniger von dir erwartet. Darf es jetzt bitte abwaschen gehen? Ich bin der Gewinner. Das ist doch, glaube ich, klar. Aber stimmt oben nochmal beim I, da oder da in der Ecke, ab, wer gewonnen hat. Und schreibt es in die Kommentare. Bei 70 Likes. Nein, bei 70 Likes und Nikita schminkt. Von mir. Und einen wird von mir geschminken. Bis zum nächsten Mal. Okay, ich bin sehr gespannt. Oh mein Gott, was schminkst du? Wir müssen es runter. Oh Gott, holy Jesus fucking Christ. Ich bleib dir auf und dir geht es. Fack das alles zusammen.